Herzlich Willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Tag Nummer 7 des Heilfasten. Also ich ziehe es durch und das ist okay. Ich sehe wirklich fertig aus, weil die Sache gestern im Krankenhaus ziemlich heftig doch war und heute dann noch mich beschäftigt hat. Ansonsten hat es geschneit bei uns. Ich tue euch doch Schneebilder einsetzen. Ich habe gearbeitet und ja, habe einfach ja, ich habe sogar Rolex dann auch in der Wanne. Das war wirklich voll schön. Ich habe mir die Zeit genommen, nur für mich. Ich glaube, das war eine Stunde oder so. Genau. Also ihr Lieben, bis morgen und heute ist ja Freitag und ich denke immer, dass heute Samstag ist. Die Kinder haben ja Ferien und deswegen wahrscheinlich nicht so. Heute ist Samstag. Nein, heute ist Freitag. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 2 Untertitelung des ZDF, 2020